Ja hallo, ich habe hier einen statischen Verdampfer, einen ST80. Der ist für den Einbau in 80 cm Länge gerechnet. Hier, er hat nicht ganz 80, er hat 76 und da brauche ich noch ein bisschen Rohr. Und darum ist das der SC80 und der ist jetzt euch zu lang. Und eine Alternative, ich brauche ja, den daneben liegt, die gleiche Verdampferoberfläche für diesen Kompressor, WD 220 oder 0679 A-Grad. Dieser Verdampfer hat auch die gleiche Höhe von 290. Eine Gesamtabmessung von 350, aber dieser Verdampfer hat eine Paketstärke von 71 mm. Ich lade das Video kurz hoch und dann könnt ihr schauen und mir erklären, ob das eine Alternative ist für diesen Verdampfer hier. Ich wünsche euch einen schönen Tag.